Die Kunsthaus ist ein Beacon. Es hat viel Münch, viel Giacometti. Es ist ein Schatzhaus, das auch dem Volke offen ist. Der Jeep-Review-Bau ist das Anschlussbauwerk an die internationale Wirklichkeit. Mir war immer klar, dass in dem Moment, wo dieses neue Kunsthaus eröffnet wird, noch einmal eine grosse Debatte losgehen würde um Bühle als Person und natürlich auch um die Kunstsammlung. Wie handeln wir mit der enormen Veränderung und dem Impat des Holocausts heute und der Erziehung zur Kunst? Museum ist nicht nur schön, Kunst ist nicht nur schön, es ist einfach nicht so.